Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Mifthurt mit eurem Erik Vikingson und dem Grantlbad. Gestern sind wir vor dem Krieg in unserer alten Heimat geflohen, sind hier angekommen auf dem neuen Stückchen Land. Das heißt einfach das neue Land und wir sollen uns jetzt heute in der durstigen, nee, doch in der dunstigen Hexe, es stimmt, es war doch die dunstigte Hexe, da sollen wir jetzt den Fremden treffen. Wir haben geschlafen, es ist ein neuer Tag, wir sind natürlich noch angehittet worden, also wir sind immer noch verletzt. Mal gucken, was jetzt gleich so passiert. J, das sind unsere Aufgaben. Abgeschlossen haben wir. Straße nach Heilige, Folge der südlichen Straße, der Farm, das erste Wissmann des Schicksals trifft den Fremden in der dunstigen Hexe. Gestern war es noch die Durstige. So, das ist ja dann die hier, in den Süden sollen wir runterlaufen. Ah, geil, was ist denn das hier? Wir laufen jetzt einfach mal hier runter. Die ersten Schritte in unserer neuen Heimat und sie sieht echt beruhigend aus, ne? Ist das eine Kiste? Aber die können wir nicht looten. Okay, wir haben auf jeden Fall Helleiche gefunden und die haben 10 Überleben gekriegt. Hier ist ein Buch. Ein Leitfaden Dies, meine lieben Leser, ist ein echter Service für euch. Ein Geschenk, wenn ihr es so wollt. Von meinen unaufhörlichen Erkundungen und akademischen Forschungen in allen Ecken der freien Landung. In meiner Großzügigkeit habe ich mich intensiver mit der örtlichen Geologie befasst und die Verteilung natürlicher Ressourcen quer durch das Land aufgezeichnet. Wahrscheinlich, dieses Unterfangen, äh, wahrlich, dieses Unterfangen ist so uneigennütz wie lobenswert. Würdig zahlreicher Lorbeck-Grenze und Auszeichnungen. Fürs Erste jedoch sehen wir uns die vorliegenden Materie einmal näher an. Ich habe, ich beginne mit der Information, dass die Höhlen, die über das ganze Land verstreut sind, eine gute Quelle für zahlreiche Erze und kostbare Steine sind. Eis kann man im Trübwasser so finden. Hartholz gibt es in den Fußberg. Kalkstein, zahlreich vorhanden auf den Ebenen. Kräuter am häufigsten im Befund. Euer bescheidener Autor, Rambl, Bülberfi. Also, der Bremble ist anscheinend derjenige, der uns hier hilft. Um ein bisschen klar zu kommen, würde ich sagen. Okay, was haben wir hier? Bären pflücken? Oder kommen wir auf jeden Holunderbeere? Mh, wie lecker. Oh, hallo, wer bist du denn? Beziehungen. Deine Interaktionen mit NPCs werden ihre Gefühle von Freundschaft und Romantik dir gegenüber beeinflussen. Wenn du dich in der Nähe eines NPCs befindest, erscheint ein Symbol am unteren Rand des Bildschirms. Da sitze ich jetzt leider gerade gegenüber. Dann seht ihr gerade den Dobbin. Klicke auf das Symbol, um mehr über den NPC zu erfahren. Jeder NPC hat eine einzigartige Persönlichkeit und mag unterschiedliche Themen und Geschenke. Mehr über ihre Charakterzüge zu erfahren, kann hilfreich sein, um einen NPC kennenzulernen. Okay, wenn wir jetzt auf den Dobbin klicken, dann sehen wir, dass er Holzfäller ist und ein Bauer aus Uzora. Er ist gelangweilt. Dobbin hörte ein Gerücht über einen Schatz. Unsere Freundschaft ist, ja, wir sind bekannt und es ist kalt. Er ist ein mürrischer Vertreter. Okay, cool. Wir sollen natürlich jetzt erstmal den Fremden treffen. Mission annehmen. Warte mal. Bevor wir das jetzt machen... Das ist doch hier, ne? Ja. Ich habe noch nicht so viel über dich gehört. Sind wir in der dunstigen Hexe? Ich denke schon, oder? Begrüßt. Para, okay. Man kann natürlich Clifford. Das ist Musiker. Wir lesen. Ich habe ein Buch jetzt mitgenommen. Anscheinend kennen wir das schon. Slena. Mission annehmen. Okay. Gut. Nach oben gehen. Hier ist nochmal ein Brief. Ihr Leute in Helleichen. Könnt sagen, was ihr wollt. Aber wir sind zufriedener als alle anderen in diesem Land. Aschenmorast ist ein Ort, den ihr nicht versteht. Das muss ich akzeptieren. Trotzdem gehört ihr zu den Guten. Deswegen spreche ich mit dir, Oskar. Um auf deine Frage zu antworten, ich habe auch gehört, dass der Steinbruch in Kargfelsen übernommen werden soll. Keine Überraschung. Oben an der Wegkreuzung waren ja ohnehin schon nicht viele. Nun, ich wünsche ihnen das Beste. Diese Vanditen sind einfach grässlich. Okay, das ist natürlich jetzt sehr viel, was uns da hier in die Köpfe reingeht. Ich muss nur mal gucken, ob ich den jetzt auch finde, mit dem ich da reden soll. Ist es denn die dunstige Hexe? Was muss sie ja sein? Wir sprechen mal mit ihm. Ah, die kenne ich noch nicht. Wenn mich meine Augen nicht täuschen, willkommen bei Moor und Dornburg. Ich bin Clifford. Aber die meisten nennen mich Cliff Klammenbart. Wobei man mich eigentlich noch eher den roten Riesen nennt. Kann ich dir ein Bier anbieten, Fremdling? Ist nett von dir, aber ich muss erst mal in die dunstige Hexe. Hier haben wir hier ein Schild. Lässt sich zum Mordrombus. Südlich zur dunstigen Hexe. Geh dann hier runter anscheinend. Hier wird gerade gemimt anscheinend irgendwas. Was ist denn die dunstige Hexe? Hier ist ein Bauernhof. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier sind wir schon zu weit, ne? Dunstige Hexe. Das könnte sie doch sein, oder? Der easy Hack. Da ist der Fremde aber. Ich stelle fest. Du hast meinen Brief und die Urkunde gelesen, wie ich annehme. Ich bete, dass es keine Zumutung ist. Auch wenn das Herrenhaus eine Ruine ist, so wette ich, doch dass du ihm neues Leben einhauchen kannst. Leider werden hier in den sogenannten freien Landen Steuern fällig. Solche Angelegenheiten sind jedoch unbedeutend. Ich habe etwas, das sich noch dringender mit dir besprechen muss. Allerdings nicht hier. Wir müssen uns an einem abgeschiedenen Ort unterhalten, weit entfernt von neugierigen Orten. Wenn die Zeit ist, werde ich einen Boten mit Anweisung zu dir schicken. Wo auch immer du sein wirst. Was soll ich jetzt tun? Ruhe dich aus und erhole dich von deiner langen Reise. Es wäre klug, wenn du anfängst, dir hier ein Leben aufzubauen. Dieses Land ist weitläufig, mit schönen Gegenden und Gefahren, die weitaus größer sind, als du es dir vorstellen kannst. Sag mir, wer du bist, dies werde ich noch nicht erhöhen und ich bitte also daher um dein Vertrauen. Wenn der Moment gekommen ist, wird dir alles offenbart werden. Was genau müssen wir denn besprechen? Sagen wir mal Angelegenheiten der Schöpfung, aber hier unterhalten wir uns nicht darüber. Suche fürs erste Dross bei einem Ale und lass seine Sorgen verschwinden. Okay. Sprich, beenden. Deine Konversation mit dem Stranger erklärte sehr verehrte, sehr klein. Ich frage deinen Vertrauen. Aber ist es eine Reise, es zu geben? Doch du hast einen Platz, um zu resten. Und mit einigen Effort, einen, den du vielleicht sogar nach Hause nennen möchtest. Für jetzt erwartet du ein Wettbewerb. Und, was auch immer in ihrem Wettbewerb folgen kann. Wir haben auf jeden Fall jetzt was dazu gewonnen und zur nächsten Mission wäre Schatten der Erwartung. Warte auf den Brief. Ich mit dem Gastwirt. Okay. Dann werden wir jetzt die machen, mit dem Gastwirt sprechen, dann gehen wir nachher erstmal nach Hause. Den Gastwirt haben wir ja schon gesehen. Statt da jetzt stehlen, ja. Also stehlen machen wir auf keinen Fall. Mit dem Gastwirt sprechen. Ach, dann ist hier leuchtend. Jetzt sehe ich das. Ah, okay. Okay, wen haben wir hier? Den Clifford. Wir sind bekannt kalt und er ist schnell. Er hat auch einen, was über einen Schatz gehört. Okay. Die sehe ich nicht. Die erschrecken sich gerade gegenseitig. Sehr schön. Ah, ich kenne dich noch nicht. Das haben wir jetzt gehabt, ne? Über die freien Lande. Jawohl. Diese Lande sind leider nicht so frei, wie wir gehofft haben. Überall finden sich Leute in Not. Aber jeder kann tun und lassen, was er oder sie will. Es gibt niemanden, der einen rumkommandiert. Kann ich dir einen Rat geben? Sei frei, munter, aber vorsichtig. Über Helleiche. Die Stadt ist noch jung, aber durchaus tüchtig. Handel und Vermögen gibt es in Helleiche, wobei uns das Geschäft seit kurzen Probleme bereitet. Die Leute hier haben Anstand. Wir sind weniger schräg als die aus Aschenmorast. Ist ein geiler Name. Der Fremde. Nee, jemand Maskierten habe ich hier nicht gesehen. Sicher, dass du dich nicht wo an den Kopf gestoßen hast, Freund? Wobei ich zugeben muss, hier treibt sich so gern so manche Gestaltung. Ich rate dir, in den kuscheligen kleinen Gaststätten zu bleiben. Worte zum Handeln. Jetzt, da du wieder putzmunter bist, sieh dich doch mal im Nordtal Bauernhof nördlich der Stadt rum. Sprich mit Kimberley, ein guter Ort für Saat- und Farmgut. Aber wer genug Moos hat, findet auch andere gute Händler in der Stadt. Haben wir natürlich nicht, ne? Gut, dann sollen wir jetzt hier raus. Und zu Kimberley gehen. Da sind schon die ersten Felder. Sehr schön. Ist das Kimberley? Das ist Kimberley. Kimberley, sie ist traurig. Kimberley hatte eine angenehme Begegnung. Sie ist Landwirtin. Okay. Und sie ist aufgeregt. Und Kimberley erhielt ein unerwartetes Geschenk. Sie ist nervös. Okay, wir sprechen mal mit ihr. Ich habe gehört, dass jemand auf dem alten Grundstück im Norden gezogen ist. Liege ich in der Annahme richtig, dass du das bist? Woher wusstest du das? Bei den ganzen Banditen und Dieben, die am Stratrand ihr Unwesen treiben, sind wir vorsichtig geworden. Die freien Lande sind immerhin Heimat für alle Arten von Personen. Gute Leute und Gesinnen. Wo kann ich Saatgut kaufen? Kann, bist du hier richtig. Im Nordtalbauernhof verkaufen wir Saatguttiere und andere Farmartikel, die wir entbehren können. Natürlich zum stolzen Preis. Ich brauche ein paar Werkzeuge. Das Glück ist hier hold. Ein Freund von uns, Bran, ist vor letzter Nacht zur Küste aufgebrochen. Hatte wohl die Schnauze voll von der Unabhängigkeit und bevorzugte wohl die Fuchtel des Adels. Armer Kerl. Lies seine Karin und seine Kiste samt Werkzeug einfach am Straßenrand liegen. Okay, ich danke dir, Püppi. Wo war das? Das muss hier irgendwo sein. Öffnen. Prusinen und Mehl. Kaufe drei Zwiebelsamen und kaufe drei Erbsensamen. Ich würde jetzt aber gerne erstmal gucken, wo dieser Karten sein soll. Aber wir sollen bei ihr erstmal was kaufen. Na gut, dann gucken wir mal. Der Handel ist dann jetzt wohl hier. Okay. Drei Zwiebelsamen. Heu, Milch, einmal Kohlsamen, Gerstensamen, Karotten. Wie viel Geld haben wir denn? Die haben 1000? Ne, die haben 149, okay. Zwiebelsamen. Okay. Drei Stück sollen wir kaufen, ne? Haben wir gemacht. Und Erbsensamen, drei Stück. Haben wir auch gekauft, okay. Ich finde die Werkzeuge. Irgendwo hier. Hier geht dann gleich eine Straße nach links. So wie das ausschaut. Da ist ein Papagei. Irgendwo hier. Da ist der Wagen. Jo, guck mal. Kupferspitzhacke. Kupferax. Kupferhacke. Kupfer... Das Kupfertopf und eine Kupfersense. Jo, okay. Okay, wir haben wieder Ansehen dazu bekommen. Wir haben jetzt die Axt ausgerüstet, ne? Wenn man packt die mal, kann ich die wegpacken? Okay, passt. Wenn ich jetzt hier draufklicke, packt er alles weg? Oder macht er das nicht? Gut, müssen wir mal gucken. Bescheidene Anfänger. J. Das ist der Brief. Zu Hause, zu Hause. Reparier dein Haus. Und bescheidene Anpflanze. Zwiebeln. Erbsen. Stelle einen Kochtopf her. Koche eine Frühlingssuche. Okay. Dann geht's für uns jetzt erstmal nach Hause. Jetzt haben wir hier Bienen. Oh, wir haben Honig gesammelt. Cool. Ich hab eher fast gedacht, die stechen uns. Aber hier kann man, glaube ich, nichts machen mit. Jetzt laufen wir hier mit der Axt rum. Gucken wir das an. Hasen. Okay, unser Heimatort ist doch hier oben, ne? Wir sind ja schon hier. Ja, stimmt. Ach, du Schande. Und was mach ich, wenn ich B drücke? Nach links rotieren, nach rechts rotieren. Rückerstatten. Raster. Umstellen. Fahrtmodus. Ach, da kann ich mir ein Pfad ziehen, oder was? Okay, das heißt, wenn ich hier reinkomme. Okay, dann muss ich das anscheinend erst wegmachen. Lass mich mal kurz gucken. Wir gehen dann aber erstmal gleich ins Bett, würde ich sagen. Das ist die Hacke. Das ist die Sichel. Jo, guck mal. Dann machen wir uns erstmal den Weg nach Hause. Alter Schwede. Pass auf, ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz schlafen. Es ist nämlich jetzt auch schon nachts. So, wir speichern. Und dann schlafen wir erstmal. Der erste Tag ist vorbei. Wir sind natürlich noch nicht geheilt. Wir haben Hunger. Unsere Energie. Okay, jetzt sind wir leicht geheilt. Das ist doch schon mal gut. Dann gibt es jetzt nochmal den Bratapfel. Oh, okay. Wenn ich E drücke, esse ich den auch. Alles klar. Ich würde mir jetzt gerne erstmal den Weg bauen. Ich glaube, das müsste jetzt erstmal so passen für den Weg. Also P. Mit B und dann P. Dann ziehen wir uns jetzt den Weg. Jo, das ist geil. Geil. Okay. Ziehen wir uns jetzt einfach erstmal eine schöne Straße in Richtung unser Heim. Weißt du, da haben wir erstmal so einen Dreckweg. Aber. Oh, ich finde das, das finde ich schon geil. Das gefällt mir sehr gut. Gut. Dann gehen wir mal aus dem Baumenü raus und nehmen wir unsere Axt. Machen wir die Zweige hier mal weg. Die wachsen jetzt immer dann. Okay, die kann ich jetzt einmal komplett dann entfernen. Gut. Was haben wir denn für eine Aufgabe? Wir haben gar keine ausgewählt. Bescheidene Anfänge. Dann würde ich die nehmen. Dass wir mit denen anfangen. Und dann mal gucken, wo wir als allererstes dann mal unsere Sachen hinpflanzen. So. Nutzen. Bauernhof. Schnellreisen. Okay. Die Handwerk, äh, Handwerk, äh, die Werkbank, Handwerkbank. Nutze die Werkbank, um Gegenstände für einen Bauernhof herzustellen. Mithilfe der Werkbank kannst du Stationen, Gebäude, Dekorationen und Lagerbehälter herstellen. Nutze Tab oder I, um hergestellte Gegenstände aufzunehmen und zu platzieren. Alles klar. Kochtopf. Wir sollen ja einen Kochtopf herstellen. Dafür brauchen wir einen Stein und Holz. Okay. Ich würde erst mal anpflanzen jetzt gerne. Wo würden wir denn unsere Sachen anpflanzen? Ich würde sagen, so hier raus, oder? Dann machen wir doch jetzt erst mal. Ein bisschen was frei hier. Wir ziehen uns dann einfach nochmal so einen Weg rein. Ich habe gar nicht geguckt, ob man vielleicht auch noch einen kleinen Weg ziehen kann. Okay. Ich würde fast sagen, dass wir hier erst mal die Anfänge machen. Haben wir eine Hammer bekommen oder sowas? Eine Kupferhacke. Eine Kupfer Spitzhacke. Damit gehen wir durch die Steine weg, oder? Ja, sehr gut. Lass mich mal kurz ins Inventar gucken. Okay, passt. Jetzt bin ich gespannt, ob ich den Baum auch schon fällen kann, aber ich glaube es eher noch nicht. Nee. Den lässt er noch nicht zu und da sind wir noch nicht stark genug. Okay. Alles klar, ist ja kein Problem. Dann gehe ich nochmal ins Baumenü. Gehe nochmal auf den Pfadmodus. Okay, nächster Pfad. Das wäre dann eine Kopfsteinpfad. Ich würde ihn halt nur leicht machen, weißt du, so. Okay, es bleibt trotzdem die gleiche Größe. Okay, dann würde ich es so machen. Dann lass uns einfach hier unten mal anfangen. Und unsere ersten Sachen anpflanzen. Dafür brauchen wir jetzt die Kupferhacke. Okay, dann schauen wir mal. 1, 2, 3, okay. Lassen wir eins frei, machen hier 1, 2, und 3. Okay. Dann brauchen wir unseren Beutel. Das ist so geil. Und die Erbsen. Guck mal, die kleinen süßen Gitter hier. So, dann brauchen wir unsere Gießkanne. Oh, das ist ja auch krass. Ich habe bestimmt kein Wasser drin, ne? Uh. Okay, warte mal. Es regnet doch aber, glaube ich, gerade. Wie sehe ich, ob in der Kanne Wasser ist? Und wo hole ich jetzt Wasser her? Ich meine, klar, es regnet jetzt gerade. Wir müssen uns einen Brunnen herstellen. Dann würde ich jetzt mal kurz gucken. Amboss, Schmelzofen, Kässchen. Ein Fass. Ein ausgezeichnetes altes Holzfass, das mit Metallriemen zusammengehalten wird. Und darin lässt sich Alkohol reifen. Okay. Ich sehe jetzt aber nicht die Möglichkeit. Doch hier, in Steinbrunnen. Wir bräuchten 30. Pass auf, wir bräuchten 30 Steine und 20 Holz. Dann würde ich mal sagen, fangen wir das doch mal an. Hier sind elf. Es kann natürlich sein, dass es jetzt, weil es jetzt regnet, die schon bewässert sind. Aber den Brunnen brauchen wir ja früher oder später sowieso. So, wisst ihr? Und dann würde ich sagen, dann ziehen wir das jetzt auch gleich durch. Ich würde sagen, hier brauchen wir dann sowieso keine Bäume. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich jetzt die Stümpfe da weg mache, dass da jetzt dann auch nichts mehr angepflanzt wird oder so. Hier, unsere Energie lässt langsam ab. Wir müssten dann auch gucken, dass wir was essen. So. Hier, uns fehlen noch ein paar Steine. Haben wir noch was zu essen? Holunderbeere. Und den Käse. Dann lassen wir den Käse erstmal. Okay, den können wir nicht fällen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Steine. Den Rest haben wir sogar schon. Okay, wir brauchen 30 Steine. 18 haben wir jetzt. Können wir die hier nicht... Was ist das hier? Okay, das ist anscheinend nichts oder so. Wir haben jetzt auf jeden Fall Holz aufgenommen. Okay, das bringt uns einfach noch Holz. So, 26. 27. Ist das immer nur ein Stein? Auf. Ein teurer Brunnen. Dann haben wir unseren Brunnen. Ah, few info. Okay, wir haben Berufe. Wir haben was für Berufe bekommen. Fähigkeiten. Berufe. Okay. Fähigkeitskarten haben wir wohl keine bekommen. Okay. Okay, da ist unser Brunnen. Schön gemacht. Ich würde den sogar hier hinstellen. So. Dann lass mich mal kurz unsere Kieskanne nehmen. Ich glaube, es liegt wirklich an dem Regen. Dass das alles schon fertig ist. Gut. Zu Hause, zu Hause. Ja, wir müssen das natürlich auch noch reparieren. Wir bräuchten aber auch noch einige Steine. Und für den Kochkopf brauchen wir... Steine nochmal 15 Stück. Und um das Haus zu reparieren, brauchen wir auch einiges, ne? 14 und 50 Steine. Au. Das ist eine Hausnummer, hey? Aber damit sollte man fast eigentlich schon anfangen. Was ist das? Gut verehrt's. Oh, cool. Ich hoffe mal nicht, dass unser Werkzeug irgendwann kaputt geht. Aber ich glaube, dass wir einfach nur mit dem Werkzeug bestimmte Sachen abbauen können. Und für anderes müssen wir es dann halt einfach aufwerten oder so. Jetzt sind wir mal gespannt. Wir gucken gleich mal in die Werkstatt, was wir da eigentlich so alles bauen können. Cool ist, dass wir schon Kupfer abbauen können. Das finde ich sehr, sehr stark. Schlafen und Energie. Du wirst müde. Im Laufe der Zeit sinkt dein Energieniveau. Bestimmte Tätigkeiten, wie die Verwendung von Werkzeugen oder Laufen, sorgen dafür, dass dein Energieniveau noch schneller sinkt. Du kannst ein wenig Energie durch Nahrung oder Elixiere zurückgelangen oder letztendlich musst du schlafen, um deine gesamte Energie wiederherzustellen. Schlafe in Lagern, die du auf Reisen entdeckst oder bei dir zu Hause. Wenn du dich nicht ausruhst, fällt deine Figur in Ohnmacht. Okay, haben wir noch Essen? Wir haben noch Honig. Würden wir jetzt auch nehmen. Wir haben noch Met. Wollen wir mal? Uh, das hat nicht viel gebracht. Wir haben jetzt einfach alles mal gegessen. Wir werden auf jeden Fall mobbelig, habe ich das Gefühl gerade. Vielleicht sollten wir auch ein Nickerchen machen. Was bringt uns so ein Nickerchen? F. Das ist eine Stunde, aber das bringt uns nicht viel, ne? Ja, doch, komm. So ein bisschen hat es ja gebracht. Wie viele haben Steine? Wir haben jetzt 30 Steine. Wir brauchen 50, ne? Wow. Aber da hätten wir vielleicht schon mal... Ich würde sagen, wir fangen mit dem Innenbereich an. Es hat jetzt auch aufgehört zu regnen. Vielleicht müssen wir auch erst den Außenbereich machen, um den Innenbereich machen zu können. Das müssen wir natürlich gucken. 50 ist leiser geworden. Reparieren. Nee, sammeln. Kamelle. Okay, cool. Für Kamillentee. Ja, da müssen wir natürlich auch gucken. Was können wir alles noch sammeln? Das sind wir zu kracht für. Okay, wir haben jetzt schon mal 44 Steine. Wie viel kommen wir hier raus? 45. Du kriegst manchmal mehr, manchmal weniger, ne? Sehe ich gerade so. Kommt auf die Größe an. Siehst du? 48. Das ist auch nochmal ein großer. Das müssen wir jetzt bei 50 sein. 51. Okay, dann brauchen wir jetzt noch... Holz. So, 18. Die lasse ich jetzt einfach mal stehen. Ich denke mal, dass die nachwachsen werden. Ja, dann reparieren wir das dann doch, wenn es geht, von innen. Und wenn das nicht funktioniert, machen wir es einfach von außen. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns hier morgen. Kümmern wir uns um den Kochtopf. Ich nehme jetzt einfach mal 50 mit. Fühlt sich müde, ja. Guck mal, hier ist Wasser. Dann würde ich es fast hier nochmal probieren. Ob wir hier die Gießkanne auffüllen können. Ja, macht auf jeden Fall was. Ich glaube nicht, dass wir gießen müssen. Es wird jetzt auch dunkel. Wir gucken nochmal. Doch, guck mal. Jetzt hat er gegossen. Okay, dann hat es so nicht noch nicht funktioniert. Ja, dann bin ich aber froh, dass wir das jetzt nochmal gemacht haben und getestet haben. So, dann können wir unser Haus doch schon mal reparieren, oder? Dann machen wir den Außenbereich und Innenbereich hätten wir dann dasselbe nochmal. Okay, wir haben es repariert. Oh, wie schön ist es. Wie schön ist es geworden. Hier, dann fangen wir morgen an. Den Innenbereich noch schön zu machen. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. ארzeve ist es sehr viel zu sein. Bis zum nächsten Mal.